Was ist heute im Bereich der Sexualität noch tabu? Eine ganze Menge. Ganz besonders heikel wird es, wenn es um Schwierigkeiten geht. Denn das perfekte Funktionieren, der perfekte Körper werden heute mehr denn je auf Social-Media-Kanälen zur Norm erhoben und gefeiert. Willkommen im DD-Cast. Mein Name ist Rainer Kirsch. Anastasia Kalensky ist 1998 in den USA geboren, in Konstanz aufgewachsen und hat an der Hochschule Augsburg Kommunikationsdesign studiert. Vom Art Directors Club erhielt Anastasia eine Auszeichnung für das Comic-Magazin A Taste of Your Own Medicine, das humorvoll Gender-Stereotypen in der Designbranche thematisiert und einen silbernen Nagel für das Branddesign der Spielzeitgestaltung der Bayerischen Staatsoper. Das 280-seitige Buch, über das wir heute reden, ist ihre Bachelorarbeit und wurde vom DDC ausgezeichnet. Das Buch hat den Titel We are all able to pleasure. We are pleasurable. Darin befasst sich Anastasia lösungsorientiert mit ungewollten Schmerzen beim Sex. Ihr Interesse richtet sich auf feministische Themen und Aufklärungsarbeit besonders im Bereich Gender Equality und sexueller Gesundheit. Über all diese Themen. Und natürlich das Buch redet jetzt mein Kollege Georg-Christoph Bertsch mit Anastasia Kalensky. Ich freue mich sehr, dass Anastasia Kalensky heute hier ins Studio gekommen ist. Hallo, wie geht's dir? Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Chance. Du kommst aus Zürich angereist. Alfredo Heberli war jetzt nicht allzu langer Zeit auch aus Zürich angereist. Also wir haben jetzt immer längere Strecken sozusagen bei uns, die eben hierher zurückgelegt werden. Das freut uns sehr. Wir steigen mal direkt ins Thema ein. Du schreibst ja auf Behands, was ist, wenn die vermeintlich schönste Nebensache der Welt schmerzt und was, wenn davon schätzungsweise 7 bis 30 Prozent aller Frauen und Menschen mit Vulva betroffen sind? Und wie antwortest du denn selbst auf die Frage? Dann läuft was schief, würde ich sagen. Dann kann man da mal genauer hinleuchten, würde ich sagen. Wenn bis zu 30 Prozent davon betroffen sind, dann ist das ja nicht mehr ein Problem des Individuums, sondern könnte man auch argumentieren, dass das ein systematisches Problem ist. Das ist also, wir haben es ja mit der so Fragestellung sozusagen von den unsichtbaren Frauen immer wieder beschäftigt. Wir hatten gerade vor kurzem eine Sendung, wo es eben auch darum ging, dass die Ergonomie der weiblichen Geschlechtsorgane praktisch unbekannt ist, dass eben Design vor allem überhaupt nicht untersucht ist. Und deshalb, dass alles, was du jetzt machst, oder was Juliane Kür, die wir vor kurzem im Programm hatten, macht, eben wirklich echte Forschungsarbeit ist. Nimmst du das selbst als Forschung wahr, was du machst? Ja, schon bis zu einem gewissen Grad. Also für die Arbeit habe ich schon auch mich recht reingelesen, konnte dann, war auch fast schade, dass ich an Stellen musste, ich dann auch auslassen und sagen, okay, hier kann ich nicht noch weiter in die Recherche gehen oder noch mehr Themen mit reinnehmen. Das ist auch, also das Buch, das ich geschrieben habe, ist auch nicht vollständig in dem Sinne, sondern mal als Startpunkt gedacht. Zum Beispiel jetzt, was irgendwie alles rund um Schwangerschaft und Menüpause betrifft, habe ich jetzt ausgelassen. Dabei wäre das auch ein großer Punkt, weil es sich eben meine Arbeit primär auf junge Cis-Frauen oder Menschen mit Vulva und Vagina bezieht. Das ist ja, du kannst, das kann man wirklich Buch nennen, das sind 280 Seiten, das ist eine Bachelorarbeit. Erstaunlich, muss man dazu sagen. Es ist sehr gut aufgebaut, es ist sehr gut gestaltet, dazu kommen wir nachher auch nochmal. Und heißt eben Pleasurable, ein lösungsorientierter Ansatz zu Schmerzen beim Sex. Also ich würde Pleasurable, so etwas wie Lustfähig oder so. Ja, genau, dass die Idee ist, dass Able im Wort ist, also fähig, pleasurable. Wir sind alle fähig zu Pleasure und das ist auch das Ziel, also dass wir möglichst von den Schmerzen wegkommen in eine erfüllte Sexualität, wie auch immer die dann für das Individuum aussieht. Du hast ja das Thema Schmerzen beim Sex da zum Zentrum des ganzen Auseinandersetzungen gemacht. Und wie kommst du überhaupt zu diesem Thema? Also wieso lag das für dich jetzt auf dem Tisch als potenzielles Thema? Also ich bin da primär selber betroffen gewesen eine ganze Zeit lang, mittlerweile fast kaum mehr. Und habe eben an mir selber dann auch festgestellt, wie so mehr Aufklärung und Empowerment da sehr geholfen haben. Und im Gespräch dann mit Freundinnen und dem Bekanntenkreis festgestellt, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment so anfühlt. Und das hat mich motiviert, diese Arbeit zu schreiben. Das ist ein großer Leidensdruck, aber der eben wortwörtlich hinter verschlossenen Türen stattfindet. Du hast ja auch eine Umfrage durchgeführt, also das ist jetzt auch für eine Bachelorarbeit eher ungewöhnlich. Und was sind das Ergebnisse, sag mal so in a nutshell, was würdest du sagen, was ist dieses Ergebnis? Also das waren über 200 Teilnehmende, überwiegend Frauen, also 150 von den Teilnehmenden waren Frauen. Und ich habe eben befragt zu Häufigkeit, was wird als Sex überhaupt definiert, wobei, bei welchen Praktiken treten Schmerzen auf, wie werden die beschrieben, das war vor allem spannend. Und da sind auch ähnliche Begriffe immer wieder aufgetaucht, also wie dumpf, drückend, aber auch spitz, ziehend, brennend. Und damit habe ich mich auch beschäftigt, wie man das auf Ursachen zurückführen kann. Und du hast jetzt gesagt, also was wird als Sex überhaupt bezeichnet? Also da geht es im Grunde auch um so eine Grenzziehung, also dessen, was eben noch nicht als Sex wahrgenommen wird oder auch schon nicht mehr als Sex wahrgenommen wird. Genau, also das ist ja, wenn ich ja von ungewollten Schmerzen beim Sex spreche, ist es ja relevant, erstmal zu definieren, was meine ich überhaupt, wenn ich Sex sage. Und die gesellschaftliche Grund, das Grundverständnis und auch, was man dann auf Wikipedia findet, ist so die, im traditionellen Sinne, die Vereinigung, heterosexuelle Vereinigung von Penis und Vagina. Und meiner Ansicht nach ist das ein sehr limitierendes Bild von Sex, gerade für Menschen mit Wohlfahrung und Vagina. Und es lässt natürlich viele auch außen vor. Aber das ist trotzdem nach wie vor das, woran die meisten denken, wenn man Sex sagt. Das ist auch was, was ich mit diesem Buch mal in Frage stelle, dass eigentlich das Ziel ist, dass sich doch jeder mal hinsetzt und sich überlegt, was soll Sex für mich sein, was beinhaltet für mich eine erfüllende Sexualität und wie kann ich die gestalten? Das ist ja auch ein sehr, also dem widmetst du ja auch mehrere Kapitel, also dieser Frage, also von daher, das ist jetzt nicht nur so am Rande erwähnt, sondern das ist ein zentraler Punkt. Und die Arbeit ist ja auch keineswegs neutral, sie hat ja durchaus eine Botschaft, was ich auch vorher schon gesagt habe, das sollte eigentlich gar nicht vorkommen. Und das Ziel ist, wie du sagst, less pain, more pleasure. Und was glaubst du denn, oder was willst du da erreichen? Also du hast eine Message, du trittst da auf als eine Botschafterin sozusagen dieser größeren Freude beim Sex und willst eben helfen, dass es für möglichst viele Menschen möglich wird. Genau. Ich finde es traurig und frustrierend zu sehen, dass es so viel Potenzial gäbe für gute Gefühle und erfüllende Gefühle und stattdessen wir mit Schmerz und Unbefriedigung so häufig konfrontiert sind. Und das zu hinterfragen und zu hinterleuchten, was da die Ursachen sind und wie wir davon wegkommen können, das ist mein großes Ziel. Und auch eben Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht kaputt sind in dem Sinne oder funktionsuntüchtig oder minderwertig und dass alle eben ein Anrecht auf eine erfüllende Sexualität haben. Und gerade Frauen und Menschen mit Vulva und Vagina kommen in diesen Diskurs oder in der Standardvorstellung davon, was Sex sein soll, oft zu kurz. Was sind denn weitere Ergebnisse von dieser Umfrage? Und da würde ich ganz gerne mal drauf eingehen, weil das finde ich ziemlich spannend. Ich finde es sowohl methodisch spannend, also im Rahmen der Bachelorarbeit. Es gibt natürlich Erhebungen im Rahmen von Bachelorarbeit. Es ist nicht so, dass es nicht vorkäme. Aber hier mit 200 TeilnehmerInnen ist das schon ein ziemliches Brett. Es hat eine hohe Relevanz, es hat eine empirische Validität. Vielleicht noch mal ein paar andere Punkte, die du da rausgefunden hast. Ja, also was ich sehr bezeichnend fand, ist, dass das waren auch primär junge Frauen. Das war auch genau meine Zielgruppe. Das ist vielleicht auch bezeichnet, weil mein Umfeld auch viel aus jungen Frauen besteht. Dass von 150 Frauen nur zwei gesagt haben, dass sie nie Schmerzen haben. Während bei den Männern 90 Prozent sagen, dass sie nie bis selten Schmerzen haben. Und dass eben der absolute Großteil angegeben hat, in der unterschiedlichen Häufigkeit Schmerzen zu erleben. Häufig und also die Hälfte der Zeit haben gesagt 25 Prozent und häufig oder jedes Mal waren dann sogar 17 Prozent. Und das finde ich ist schon beachtlich, auch über den Leidensdruck. Was ich auch spannend fand, ist, dass ich nachgefragt habe, ob es auch temporär, also dass die Schmerzen auch teilweise nur temporär stattgefunden haben und was geholfen hat gegen die Schmerzen. Da fand ich die Antworten teilweise auch recht spannend. Bei manchen musste ich fast ein bisschen schmunzeln, weil ich gefragt habe, was hat sich geändert. Eine Teilnehmerin hat geschrieben, ich habe aufgehört mit Männern zu schlafen. Das ist eine sehr drastische Maßnahme. Aber da gab es eben viele verschiedene Antworten von Partnerwechsel, mehr Aufklärung, viel wurde immer wieder gesagt, das Gefühl zu haben, Nein sagen ist auch okay. Nur noch Sex zu haben, wenn ich wirklich Lust darauf habe, das war auch ein sehr zentraler Punkt. Da kommen wir natürlich sehr schnell auf die Ursachen. Was sind denn die Ursachen, also nach dieser Empirie jetzt? Du hast ja wahrscheinlich auch gefragt, was sind die Ursachen für dieses Schmerzempfinden, für dieses sehr unterschiedlichen Schmerzempfinden, die du vorhin kurz summarisch dargestellt hast. Genau, also primär finden Schmerzen, das deckt sich jetzt nicht nur mit meiner Umfrage, sondern sonst auch mit den Daten, die ich mir angeschaut habe, primär finden Schmerzen statt bei vaginalen Sex, also bei penetrativen Sex. Und alles, was Penetration beinhaltet, da entstehen oft Schmerzen bei, während äußerliche Stimulationen der Vulva zum Beispiel jetzt nicht so häufig zu Schmerzen führen. Man würde ja so eine Arbeit eher im Bereich der sexualtherapeutischen Studiengänge vermuten, nicht unbedingt im Design. Wie bist du jetzt sozusagen mit diesem Thema an die Dozentinnen herangetreten oder was gab es da für Reaktionen? Also wurde das irgendwie schnell akzeptiert, so ein Thema zu bearbeiten, was ja jetzt keineswegs eine klassische Design-Fragestellung ist? Das stimmt. Das Schöne daran, das sehe ich auch als großes Privileg, eben mit so einer Bachelorarbeit wirklich die Zeit zu haben, sich dem Thema so frei zu widmen, wie es vielleicht auch nachher im Beruf nicht mehr so möglich ist in der Ausführlichkeit. Ich würde sagen, da wurde sehr positiv drauf reagiert. Mir wurde schon auch dann direkt gesagt, da kann ich thematisch in dem Sinne nicht weiterhelfen. Ich kann das gestalterisch mitbetreuen. Und ich habe mich quasi alleine um die Thematik gekümmert und mir da dann selber Unterstützung geholt, zum Beispiel im Interview mit einer Sexualtherapeutin. Und eben indem ich selber viel gelesen habe, was es da an Lektüre gibt und wurde dann sonst eben bei der Gestaltung mitberaten. Du formulierst auch Seite 249 dieses, wie gesagt, 280 Seiten umfassenden Buchs, die folgenden programmatischen Sätze, die ich ganz gerne mal vorlesen möchte, weil man erstens die Sprache auch des Buchs dadurch versteht und zweitens sind da sehr wichtige Themen drin. Und zwar schreibst du, was können wir allgemein gegen sexuelle Gewalt tun? Das ist ja auch ein relevanter Faktor, der da noch mit reinspielt. Und du schreibst eben dann sehr aktivistisch, wir können zusammenhalten, wir können uns informieren, wir können unsere Kinder so erziehen, dass sie verstehen, dass sie kein Anrecht auf den Körper eines anderen haben und dass sie selbstbestimmt mit dem eigenen umgehen dürfen. Wir können unsere Rechte einfordern, wir können uns organisieren und protestieren, ob öffentlich oder privat. Wir können mit Victim Blaming aufhören und uns gegen Täter und systemische Strukturen, die die Täter schützen, stellen. Wir können damit aufhören, uns die Schuld an unserem Trauma zu geben und die Last dort abladen, wo sie hingehört, bei den Tätern. Das ist, da kriegt man so ein bisschen Schnappatmung, wenn man das liest, das ist sehr, das geht sehr tief. Das ist, das tut auch weh, das überhaupt sozusagen sich vor Augen zu führen, um was es da eigentlich geht. Wie weit hast du dich denn mit diesem Themenfeld beschäftigt und wie kommst du auf diese dann sehr positiven Schlussfolgerungen? Das war wohl, würde ich sagen, das schmerzhafteste Kapitel zu schreiben und auch zu recherchieren über sexuelle Gewalt und wie selten dann es doch tatsächlich zu Verurteilungen kommt und wie die Rechtsprechung einfach da auch nicht drauf ausgerichtet ist, dass sexuelle Gewalt eben meistens mit Menschen passiert, die man kennt, denen man unter Umständen auch vertraut, Familie, Partner, Ärzte und dass da unser Rechtssystem nicht mit umgehen kann in dem Maße. Wie ich da zu so einem positiven Ausblick komme. Ich denke, dass ich im kleinen Kreis schon nur mit meinen engsten Freundinnen gesehen habe, wie viel dieser Austausch hilft und darüber zu sprechen, was einem widerfahren ist. Und da ergibt sich mittlerweile wirklich, wenn ich da mit meinen Freundinnen drüber spreche, sind da so viele Erlebnisse, die wir jetzt gesammelt erlebt haben. Und als wir jünger waren, würde ich sagen, kam da oft sogar so ein internalisiertes Victim-Blaming mit dazu, dass man sagt, ja, aber vielleicht habe ich auch zu viel getrunken. Ja, vielleicht hätte ich nicht das und das anziehen sollen. Und davon wegzukommen gemeinsam und zu verstehen, wir sind nicht schuld an den Übergriffen, die uns passiert sind. Das hat was sehr Empowerndes und Heilendes. Absolut. Du hast ja auch dieses Thema der Erziehung und der Bildung ja auch mit drin. Was für Schlussfolgerungen ziehst du in diese Richtung? Was muss da passieren? Also was kann Schule, was können Eltern, was kann eben die Gemeinschaft tun, um das Thema anders zu betrachten oder damit anders umzugehen? Ja, ich würde sagen, einerseits, dass es eine vollumfängliche Aufklärung gibt über gerade weibliche Anatomie, die gerade noch viel zu kurz kommt. Und ich denke, das ist zum Beispiel sehr bezeichnend, dass ich erst mit 21 das Wort Vulva gelernt habe und auch erst mit 21 gelernt habe, dass die Klitoris nicht nur der sichtbare Teil ist, sondern das ein gesamtes Organ ist. Ich meine, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich das so spät lerne. Wir haben ja diese Abbildung in der Schule. Warum taucht es da nicht auf? Das ist ja durchaus relevant. Also einerseits dieser aufklärerische Part, einfach, dass wir wissen, wie funktionieren unsere Körper, wie sind unsere Körper aufgebaut. Und dann geht es aber natürlich auch um sexistische Strukturen und Genderrollen, also dass nicht weiter dieses Bild verkörpert wird, dass Männer immer pushen müssen. Und Frauen irgendwie zurückweichen, weil alles andere irgendwie nicht in Ordnung wäre. In dem Sinne, dass sich Männlichkeit schon irgendwie daran misst, mit wie vielen Frauen man Sex hat und Weiblichkeit sich daran misst, wie rar man sich macht. Oder lauter solche Narrative, die immer noch sehr präsent sind, leider. Du hast ja gesagt, dass du selbst auch mit den Schmerzen zu kämpfen hattest. Oder sozusagen dich damit, also das unter anderem einer der Gründe, warum du dich überhaupt mit diesem Thema so beschäftigst. Ja, genau. Das finde ich jetzt nochmal ganz interessant. Also wie bist du da rangegangen? Bist du mit Therapeutinnen an das Thema rangegangen? Hast du dann in einem Freundeskreis darüber gesprochen? Oder wie hast du das für dich überhaupt zu erschließen können, dass du das behandeln konntest? Dass wir auch hier so drüber sprechen können. Ja, das ist eine gute Frage. Das muss ich mir vielleicht auch vor Augen halten, dass da mittlerweile in den letzten Jahren relativ viel passiert ist. Relativ viele Schritte. Ich habe mir damals, also ich habe angefangen, selber erst Lektüre zu lesen und habe darüber schon viel gelernt. Und irgendwie über meine eigene Anatomie und über Sexualität allgemein. Das hat geholfen. Ich habe mir dann tatsächlich eine Sexualtherapeutin gesucht und war da an einem sehr frustrierten Punkt, also dass ich mich quasi zu ihr hingesetzt habe und gesagt habe, ich bin kaputt, mein Körper funktioniert nicht. Und von diesem Gefühl wegzukommen, also die Schmerzen zu reframen, war wahrscheinlich das, was den absoluten Umbruch geschaffen hat. Und die Idee, dass die Schmerzen, mein Körper ganz wunderbar funktioniert, weil die Schmerzen mich auf etwas aufmerksam machen wollen, mich auf etwas hinweisen möchten, als Schutzreaktion eigentlich stattfinden und sagen, hier ist was, befass dich damit. Und nicht das weiter zu ignorieren und quasi die Zähne zusammen zu beißen stattdessen. Das wäre auch, glaube ich, einer meiner größten Tipps, es gar nicht erst in diesen Teufelskreis kommen zu lassen, dass man diese Verknüpfung bildet, Sex gleich Schmerzen über Jahre hinweg. Wenn desto länger es sich einfährt, desto schwieriger wird es wieder, daraus zu kommen. Das ist ja, um da zurückzukommen zu einem der Punkte dieser Form auch. Also, ich habe jetzt, die Juli Gudehus hat mich mal angerufen und hat gesagt, ich fände es gut, wenn ihr, wenn ihr in Sendungen über Publikationen sprecht, die auch beschreibt. Und es gibt ja einmal eben dieses Buch, diese Publikationen und das ist ja wahrscheinlich der praktische Teil der theoretischen Arbeit. Oder wie ist das zu verstehen? Also, was ist jetzt sozusagen, welcher Teil? Welcher Teil? Naja, der theoretische Teil ist auch der praktische Teil. Die Texte, die ich geschrieben habe, die ich recherchiert habe, das ist ja der Kerninhalt des Buchs. Und dann kommt die gestalterische Aufarbeitung des Themas noch dazu. Und ich meine, ich habe jetzt das Buch in der Hand. Also, man hat einen offenen Rücken, also es ist gebunden. Also, klassische Kreuzbogenbindung und einen blauen Titel, würde ich sagen, mit einem helllila Schriftbild drin und zwei Bildern. Und diese Bilder, die erscheinen mir, die tauchen auch innen drin dann auf, diese Art von Fotografie. Da würde ich auch ganz gerne mal drüber reden, bevor wir auf die Typografie kommen, die ja jetzt auch nicht gerade einfach zufällig so ist, wie sie ist. Wie sind diese Bilder entstanden? Also, ich finde die ziemlich eindrücklich. Das sind eben, also, jetzt mal Gliedmaßen, die sich umschlingen. Also, es ist sozusagen wie ein Ausschnitt aus einer Sexszene letztlich, aber ohne Darstellung von Geschlechtsorganen oder überhaupt sekundären Geschlechtsmerkmalen. Es sind einfach nur Hände, Arme, Beine. Die sieht man hier. Und dann gibt es noch eine zweite Form von etwas abstraktere Fotografie. Was hat es mit dieser Fotografie auf sich? Genau, ich habe quasi zwei Bildwelten gewählt. Eine, die so, die mit diesen Schmerzbegriffen gestalterisch umgeht. Also, quasi eine Bildwelt, die sich mit dem Schmerzthema befasst und eine Bildwelt, die sich damit befasst, was ich mir eigentlich wünschen würde. Nämlich mehr Geborgenheit, mehr Pleasure, mehr gute Gefühle. Diese Bilder sind mit engen Freundinnen zusammen entstanden. Und was ich, glaube ich, gehofft habe, ist, dass auch diese Verbundenheit, diese Vertrautheit, diese Geborgenheit, dieser weibliche, sehr, auch nicht sexuelle Zusammenhalt rübergebracht wird und dadurch beim Lesen ein Gefühl erzeugt, dass es was von einem Safe Space bekommt. Das sind ja auch Bilder, die jetzt nicht unbedingt als Illustration zum Text verstanden werden können, sondern als eine zweite Leseebene. Also die eben als Bildebene. Ich habe jetzt hier gerade die Seite 14, 15 aufgeschlagen. Es sind drei Bilder zu sehen. Das sind also entweder drei, vier Personen, die irgendwie aneinander geschmiegt eben mit dieser Darstellung der Gliedmaßen zu sehen sind, sodass man erkennen kann, das sind jetzt einfach Situationen, in der Menschen sich sehr wohl fühlen. Genau, eine Nähe und eine Intimität, die ich da auf dieser Ebene mit reinbringen wollte und teilweise die Texte, die ja auch schwere Inhalte haben, aufzubrechen. Jetzt gerade was auch Kapitel wie jetzt sexuelle Gewalt oder psychische Ursachen angeht, da habe ich teilweise ganz auf Bebilderung verzichtet. Mir war es auch wichtig, da sensibel ranzugehen, weil ich nicht wollte, dass meine LeserInnen weiterhin Schmerzen erfahren beim Lesen, also dass die Gestaltung nicht für Schmerzen sorgt. Das hat sich eigentlich auf alles ausgewirkt, auf Fotografie und auch auf die Farbwelt. Also dieses Beispiel, das ich eben gerade erwähnte, das würde sozusagen für die lustvolle Seite des Miteinander-Umgehens oder auch körperlich Miteinander-Umgehens stehen. Da gibt es dann diese zweite Bildwelt, die eben sehr, sehr düster ist, also so Ton in Ton, so ein bisschen so ein, ja, was kann man sagen, es ist so ein Rembrandt braun eigentlich, in dem so Wolken, abstrakte Formen zu erkennen sind, die man vielleicht noch irgendwie als Körper lesen könnte. Ja, das ist eher abstrakt und es sind eben Körper, die teilweise verzogen sind. Da habe ich mich eben inspirieren lassen von diesen Begriffen, die immer wieder aufgetaucht sind, stechend, spitz, dumpf, ziehend und dann eben bei ziehend quasi die Übersetzung, dann Langzeitbelichtungen zu machen, in denen die Körper verwischen, Unschärfe, dumpf, drückend versus ganz scharf und klare Bilder, dann mehr dieses Spitz, stechend, aber alles auch eher abstrakt. Ich meine, das ist ja zum Grunde die, man sagen kann, also designpraktische Seite der Arbeit sind unter anderem eben auch diese Bildkompositionen, die Bildauswahl, dieses Bildkonzept, die Strategie dahinter und sicherlich eben auch das Objekt, also dieses gebundene Buch, also das eben sich sehr schön eben auch blättern lässt und dann eben eine sehr selbstbewusste und klare, aber auch Typografie und da verwendest du eben jetzt, also zumindest die Neue Haas habe ich direkt erkannt, das ist jetzt kein besonderes irgendwie Rocket Science, die Neue Haas zu verwenden, aber du hast noch andere Schriften verwendet, eben die Serif Babe, Sigma und die Belle de May von 60 Kilo oder 60 Kilo. Was hat es damit auf sich? Genau, also die Neue Haas habe ich eher verwendet quasi als durchgehende Schrift für auch mehr diesen sehr sachlichen Part und aufklärenden Teil für die Texte, eine recht klare Schrift, die auch damit nicht so viel Schnickschnack daherkommt, könnte man sagen und die beiden anderen Schriften sind ebenfalls inspiriert von diesen Begriffen, die tauchen dann in diesen Schmerzkontexten vielleicht auch eher nochmal auf. Also die Serif Babe hat zum Beispiel so sehr spitze Enden, die ich dann mit diesen Spitzbegriffen assoziiert habe und die Belle de May hat sowas von Verkrampfungen, könnte man fast sagen, wie die so bauchig ist oder teilweise so eingedrückt ist und so habe ich die dann kombiniert und verwendet und auch mehr so als, dass man die auch noch so bildnerisch zusätzlich erfasst. Also mir ist das sehr, sehr wichtig, also da komme ich nochmal auf die Uli Gudehus zurück, eben dass wir hier zumindest bei uns in der Sendung eben auch über diese Art von Werkzeugen reden, also Schriften, wie kann man Schriften einsetzen, was können Schriften sagen, was können Schriften bedeuten, was ist die Kombination der Bedeutung dieser Schriften dann im Verhältnis auch zum Inhalt logischerweise und zu der Bildebene und zu dem Objekt Buch. Du hast dich vorhin so selbstverständlich als Buch bezeichnet, also man könnte ja auch sagen, das ist meine Arbeit oder so. Was verbindest du mit dem Begriff Buch? Buch, ja etwas, was man eben vor allem physisch in den Händen hält und erfahren kann, deshalb hätte ich jetzt auch nicht so, weil ja Sex ein ganz großes Fühlenthema ist und ein physisches Fühlenthema, deshalb wäre jetzt auch eine App oder eine Website nicht das gewesen, was mir vorgeschwebt hätte. Das war für mich klar, dass es was ist, was man anfassen können muss. Das geht immer zurück auf das Gespräch mit der Karin Schmidt-Friederichts, also der vom Hermann-Schmidt-Verlag, die eben auch über diese physische Dimension, die Sinnlichkeit des Buches gerne redet und das erscheint mir eben auch wichtig, dass du das so betonst. Das ist natürlich als Objekt, als Körper, als etwas, was man in die Hand nimmt und das man eben auch fühlen kann, sich auch riechen kann, blittern kann. Das ist ein bisschen ASMR. Das ist ein bisschen ASMR. Nachdem einmal das Eis sozusagen zu diesem Thema hingebrochen war. Genau, also die gestalterische Betreuung, die ist Erfolg von Professor Kai Bergmann und von Jörg Vokul. Genau, die haben uns da. Die können natürlich nicht zu den Schlechtesten, also von daher. Gut, also dann, ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen auf die Perspektive auch eingehen. Du bist ja jetzt, du warst ja in Augsburg, hast dort studiert und bist jetzt in Zürich. Genau. So, ganz blöde Frage, was machst du in Zürich? Meine hoffentlich Karriere als Grafikdesignerin beginnend ist, was ich in Zürich jetzt mache. Ich habe jetzt davor noch in München gearbeitet und jetzt suche ich gerade eben, suche ich eine Stelle in Zürich im Grafikdesign, nachdem ich jetzt im September quasi offiziell den Bachelor abgeschlossen habe. Und in welche Richtung würdest du da gerne gehen? Also ich meine, du hast jetzt hier eine sehr enge Verbindung zwischen Content, Gestaltung, eben auch fotografischem Konzept, was alles auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Also was ist so dein Wunsch oder deine Perspektive? Wo möchtest du gerne sein, also in ein paar Jahren? Was mich besonders begeistert, würde ich schon sagen, ist Print und auch so klassisches Grafikdesign. Grafikdesign, da habe ich schon besonders große Freude dran und da in einem kleinen Designstudio mitzuwirken und an Projekten mitzuwirken. Mir macht es auch Spaß, mir Konzepte zu überlegen und eben im Bereich Print, Editorial, aber auch Branddesign, das sind alles Bereiche, die mich interessieren würden. Und dann möchte ich nochmal zur Hochschule zurück, weil wir hatten es letztes Mal eben auch mit der Juliane Kür über die HBK Saar gesprochen. Das ist eine relativ kleine Hochschule, vergleichsweise unbekannt kann man jetzt nicht sagen, aber es ist keine von den Schulen, an die man zuallererst denkt. Und was ist jetzt das Besondere an dem Studiengang, den du da in Augsburg absolviert hast? Oder was würdest du da mitnehmen oder eben auch als hervorheben, wie das war, einfach das Studium? Kommunikationsdesign in Augsburg. Ja, ich würde sagen, es wird noch ein rechter Fokus auf Typografie und Schrift gelegt, also noch mehr als an anderen Hochschulen, dass man eben im Grundstudium sowohl Schrift als auch Typografie als Kurs relativ lange hat. Dann die Möglichkeit von den analogen Werkstätten, Siebdruck. Ich habe in der Bleisatzwerkstatt gearbeitet als Betreuerin für ein Jahr lang. Also solche Möglichkeiten, würde ich sagen, haben da meine Zeit schon sehr geprägt. Das ist sehr hands-on und noch nicht so sehr im digitalen Raum schon auch. Aber ich fand, das hatte eine ganz gute Balance. Also für uns ist das Buch oder eben dieses Objektbuch ein großes Thema. Wir haben ja auch dieses Designlesen, also diese Sondersendung, die wir eben alle halbe Jahr ungefähr machen, wo die Bücher nicht nur bezüglich ihres Inhalts, sondern auch bezüglich ihrer Form oder der Produktion besprochen werden. Von daher ist das, was du jetzt hier vorgelegt hast, ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, es hat das Level von einem publizierbaren Buch und stellst du dir auch vor, damit weiterzuarbeiten oder etwas damit zu machen? Ja, ich würde gerne damit in die Publikation gehen. Ich habe eben gesehen auf der Werkschau von der Hochschule Augsburg, dass ich hatte 40 Exemplare gedruckt in erster Auflage, dass die sich innerhalb zwei Tage verkauft hatten, womit ich auch nicht in dem Maße gerechnet hatte. Natürlich auch aus meinem eigenen Umfeld, aber viel auch von jungen Frauen, die ich nicht kannte, die einfach die Werkschau besucht haben und schon sehr deutlich für mich geworden ist, dass das ein Thema ist, bei dem es Gesprächsbedarf gibt und auch in dem Sinne noch keine Arbeit auf dem Markt gibt, die sich so ausführlich, spezifisch, wirklich mit Schmerzen beschäftigt. Das war jetzt für uns natürlich auch einer der Gründe, warum wir die Sendung machen. Also konkret wurde es eben von den Women of DWC empfohlen, bei denen du ja auch immer gesprochen hast oder mal in der Session drin warst, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und ich denke, dass die Kombination aus so einem sehr hohen Gestaltungsniveau und nach diesem Reflexionsniveau, nach dem Rechercheniveau, sollte eben auch als Vorbild dienen für andere DesignerInnen, die sich mit so einer komplizierten Fragestellung auch beschäftigen. Weil wenn du das jetzt nicht auf dem Niveau gemacht hättest, auf dem du es gemacht hättest, wäre es wirklich schwierig, also das damit umzugehen. Aber wenn man es so macht, wie du es machst und wirklich in die Tiefe geht, 200 Leute spricht, das wirklich von allen Seiten beleuchtet, dann hat das einfach ein unglaubliches Gewicht. Und das zeigt eben auch, was Design kann. Also das ist ja eine Designarbeit. Also jetzt, um das hier nochmal abzuschließen an der Stelle, das ist keine sexualtherapeutische Untersuchung, es ist keine soziologische Untersuchung, es ist die Untersuchung einer DesignerIn über ein Themengebiet, das ihr eben so wichtig ist, dass es dann so in die Tiefe eingestiegen ist. Genau, das muss man natürlich auch dazu sagen, das sage ich auch in der Arbeit direkt. Ich bin natürlich keine Psychologin, ich bin keine Gynäkologin, sondern ich bin in erster Linie Betroffene, die sich in die Materie eingelesen hat und mit vielen Menschen gesprochen hat. Und das ist, was daraus entstanden ist quasi. Gut, dann habe ich jetzt irgendwie bei unserer berühmte und bekannte Abschlussfrage natürlich noch. Ich bin auch sehr gespannt, wie du darauf antwortest, auf diese Was-ist-gut-Frage, weil die ganz pauschal oder ganz allgemein eben auch gestellt wird und nicht jetzt in Bezug auf dieses Thema, sondern kannst du so oder so beantworten. Also was würdest du sagen, ist gut? Also auf dieses Thema bezogen würde ich sagen, ist gut, wenn man loslassen kann von der Idee, wie Sex angeblich zu sein hat, wenn man von diesem sehr eindimensionalen, einschränkenden Bild von Sex loslassen kann, sich stattdessen überlegen kann, was wünsche ich mir, was wünsche ich mir eben von meiner Sexualität, wie kann das erfüllend sein, wie trete ich damit an meinen Partner oder Partnerin heran. Und was gut ist, ist Sex zu haben, der einer fühlt, der sich gut anfühlt und der nicht schmerzt. Und niemand muss Schmerzen beim Sex hinnehmen. Das finde ich eine sehr schöne und auch sehr positive und letztlich auch zukunftsweisende Botschaft, dass so ein schwieriges und auch wahnsinnig tabubelastetes Thema so behandelt werden kann. Also dass wir da sind, dass das besprochen werden kann, dass es auch in so einer Sendung besprochen werden kann, dass es im Design auch verhandelt wird, dass wir jetzt an der Stelle sind, an der diese Offenheit da ist. Und ich freue mich auch, dass du sagtest, dass eben von dieser Kleinauflage, die du produziert hast, dir alles aus den Händen gerissen wurde. Und wir können es ja irgendwie hier auch, keine Ahnung, mit in die Sendung reinnehmen, dass wenn jemand sich dafür interessiert, dass das natürlich ein ganz Print-on-Demand auch irgendwie produzierbar ist. Kostet wahrscheinlich da ein bisschen was, aber... Ich habe noch eine zweite Auflage gedruckt, von der es noch Exemplare gibt. Okay, also das da möchte ich einfach zu auffordern, wenn sich jemand dafür interessiert. Und das ist eben als Zweitauflage jetzt offensichtlich auch verfügbar. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle irgendwo auch beschäftigen sollten. Also weil wir davon, also selbst wenn man selbst keinen davon nicht betroffen ist, also von dieser Problematik, kennen wir alle Menschen, die davon betroffen sind, da wo wir irgendwie mal so am Rande gehört haben. Ich denke, das ist auch sinnvoll für Partner zu lesen. Das war an der Umfrage auch. Die Männer, die teilgenommen haben, haben auch in großer Häufigkeit beantwortet, dass sie es kennen, dass die Partnerin Schmerzen hat und teilweise auch schon aktiv Sex vermieden oder abgebrochen haben, wegen den Schmerzen der Partnerin. Also dann ist vielleicht da der Zugang. Gut, vielen herzlichen Dank. Großes Thema, tolle Lösung, super Arbeit. Danke auch und ich freue mich, dass das Thema hier dann so viel Plattform und Raum bekommt. Das war Anastasia Kalensky. Sie hat ein heikles Thema angepackt, das nicht ohne weiteres auf der Tagesordnung steht. Sensibles und nahbares Gestalten dient hier ganz besonders als Door-Opener, um Inhalt und Botschaft zugänglich zu machen. In der kommenden Woche geht es dann in den Norden, in das Museum für Kunst und Gewerbe der Freien und Hansestadt Hamburg. Mit Tulka Bayerle sprechen wir darüber, was ein Museum für angewandte Kunst heute sein sollte, was es kann und was es muss. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DedeCast-Redaktion. Eure DedeCast-Redaktion.